Guten Morgen. Ja, Patrick Sensburg ist hier und er hat natürlich auch sogar zwei Handys, nämlich ein normales und ein Krypto-Handy. Guten Morgen, Herr Sensburg. Guten Morgen. Haben Sie denn Ihre Handys schon überprüfen lassen, daraufhin, ob Sie von der NSA oder wem auch immer abgehört werden? Nein, das wird aber heute geschehen. Und ich werde auch die anderen Obleute und Ausschussmitglieder auffordern, Ihre Telefone einmal checken zu lassen. Wie wird sich denn der Ausschuss prüfen? Denn Sie sind ja jetzt dadurch, dass Sie als NSA-Untersuchungsausschuss versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, selber zum Objekt geworden. Wie können Sie sich also schützen? Anders als andere Untersuchungsausschüsse untersuchen wir einen laufenden Sachverhalt. Nachrichtendienstliche Tätigkeit läuft noch, findet statt. Und wir müssen natürlich versuchen, unsere interne Kommunikation sicher zu halten, verschlüsselte E-Mails senden, Kryptotelefone nutzen und andere Dinge, die ich jetzt hier natürlich nicht sage. Haben Sie schon angefangen, über eine Schreibmaschine nachzudenken, statt eines Computers? Tatsächlich haben wir das und zwar eine nicht elektronische Schreibmaschine. Wirklich? Ja, kein Scherz. Und wie sichern Sie denn Ihre Verhandlungen untereinander? Gehen Sie jetzt immer bei jedem Treffen in einen geschützten Raum? Also bei jedem Treffen nicht. Sicherlich ist die ein oder andere Absprache auch nicht so geheim, dass man sie sogar im Flur treffen kann, in einem Ausschussraum treffen kann. Aber die wirklich geheimen Sitzungen werden dann in einem Raum stattfinden, der abhörsicher ist. Nun werden zwischen Kerry, dem amerikanischen Außenminister und dem deutschen Außenminister, ja etwas moderatere Töne angeschlagen. Ist das denn für Sie auch ein Zeichen der Entwarnung? Kann man jetzt wieder ein bisschen mehr zur Tagesordnung übergeben oder beeinflusst es Sie überhaupt? Moderate Töne sind richtig und auch wichtig, dass man miteinander redet, gemeinsam zu Lösungen kommt. Aber es muss sich natürlich etwas ändern. Das, was wir hier erleben, kann nicht weiter so stattfinden. Man muss freundschaftlich miteinander umgehen und dazu gehört eben nicht, dass man sich gegenseitig die Bürgerinnen und Bürger bis hin zur Bundeskanzlerin ausspäht. Ich glaube, das ist auch nicht im Interesse der Amerikaner, was wir hier zurzeit erleben. Dass das überhaupt passiert, ist ja vielleicht auch eine Schwäche des Verfassungsschutzes. Oder wie kann es sein, dass man plötzlich vermuten muss, dass es noch viel mehr Spione gibt und keiner hat was gemerkt? Ich glaube, unsere Dienste machen eine gute Arbeit. Deswegen sind die letzten beiden Fälle durch den Verfassungsschutz, durch den militärischen Abschirmdienst zutage getreten. Aber wir müssen natürlich schon überlegen, ob wir etwas mehr im Bereich Spionageabwehr tun. Und das sicherlich auch gegenüber allen, die bei uns spionieren, auch zum Beispiel privaten Dritten, die Daten abspähen. Wo sehen Sie eigentlich das größere Problem? In der Spionage, von der man ja auch jetzt nicht wirklich so überrascht sein kann. Das passiert nun mal. Oder in der NSA-Affäre. Also ich glaube, die Spionage ist der wesentliche Teil. Wenn wir sehen, wie viele Unternehmen bei uns in Deutschland tagtäglich ausgespäht werden, ihre Daten abgegriffen werden, da müssen wir etwas machen. Acht Milliarden Euro ist der volkswirtschaftliche Schaden pro Jahr. Und wer schützt jetzt die Bürger, die immer wieder gleiche Frage, auf die ich immer noch keine Antwort habe? Die Politik muss hier die Rahmenbedingungen setzen, dass wir sicherer kommunizieren können. Der Untersuchungsausschuss will einen Teil dazu beitragen. Aber wir sind am Anfang unserer Arbeit. Am Ende werden wir Empfehlungen auch in diese Richtung abgeben. Patrick Sensburg, Dankeschön. Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, der sich mit seinem Ausschuss auch gegen Spionage wehren muss oder zumindest schützen muss. Denn schließlich sind Sie selbst zum Objekt der Begierde geworden.